Grüß. Aber ihr seht es hier schon, wir sind mal auf der Twitter-Seite von Corekeeper Outnauf, Corekeeper Game. Und da wurde am 18. Mai jetzt was geleakt von den Kollegen und danach gibt es noch was. Und wir wollen aber erstmal über dieses Bild reden. Und da schreiben sie hier, es gibt eine Handvoll neue Feinde, die im Corekeeper Sankensibium rumlürken. Also rumrennen, rumkrabbeln, was auch immer sie dort tun. Und manche sind etwas kleiner und manche größer. Tja, und jetzt wollten sie halt mal einen Gegner sozusagen raushauen, wie der denn aussieht. Erstmal ohne Farbe, wir zeigen es euch dann gleich mit Farbe. Und da wurde halt hier ein bisschen geraten, ja, was versteckt sich denn hinter dieser Silhouette, die wir hier sehen. Und wir sehen hier schon, es ist Spongebob, Shrek hat die Community gemeint. Und hier ist der Kollege, ja, was der gute Harle und der Speedy schon gesagt haben. Ach, sieht halt, also für uns alle sieht es wirklich aus wie Yoda. In Fett. Also eine Mischung aus Hulk und Yoda. Genau wie es hier dargestellt ist eigentlich. Passt perfekt. Ja. Also es hat sowas, ne, oder? Gut, jetzt der S-Clown. Naja, gut. Gremlin. Naja. Ja, es wurde schon ein kleines bisschen gerätselt. Aber ich würde jetzt so von dem, von dem normalen, ähm, Bild, würde ich jetzt auch nicht schließen können, dass es ein Golem ist. Es sieht zwar, also, es sieht zwar so ein bisschen protzig aus, es sieht so ein bisschen kantig aus, aber ich meine, es ist ja ein Pixel-Game, ne, was erwartet man? Ähm, aber Harle, was wäre es auch so, deine Assoziation, wenn du das so sehen würdest, die erste Silhouette so? Ist ja schon gesagt. Also wäre auch einfach, äh, Yoda. Der gute Yoda, der ein halbes Jahr im Fitnessstudio war. Und ein bisschen auf der... Ja, da wird zu viel gefressen. Und ein bisschen Streckbank. Ja, da ist eigentlich so klein. Na gut, okay. Wir können ja mal re-wheelen. Es wurde nämlich dann am, sagen wir am 19. Mai, also einen Tag danach, wurde dann der Kollege vorgestellt. Der heißt Core Sentry. Und, äh, hier oben steht schon, A giant made of stone, also aus, also aus Stein gebaut. Und these powerful Golems were built by the Cavillings. Also die sind bei den Cavilling-Typen, also zum Beispiel diese kleinen Typen mit der Spitzhacke oder diese, ähm, was weiß ich, diese, also die, sie habt ja auch diese Cavilling-Rüstung und so, ne, also diese kleinen Typen mit den roten Augen. Äh, und die sind, äh, zur Schützung ihrer Städte gebaut worden. Also kann man davon vielleicht ausgehen, dass dort auch wieder so ein paar Cavillings rumrennen, vielleicht ein bisschen in einer anderen Art und Weise, aber anscheinend muss es sie ja dann dort auch geben, weil die müssen sie ja gebaut haben. Ja, und man kann davon ausgehen, würde ich sagen, dass das, äh, dass das, äh, sagen Sie, Biom direkt unterm Steingebiet ist. Stimmt, ja, würde dann passen, da hast du recht. Also das müsste dann auf dieser Seite sein, ich bin direkt, das ist natürlich interessant, das haben wir ja bis jetzt noch keiner gewusst. Also, ja, haben sie bis jetzt noch nicht geleakt. Genau, aber das könnte dann auf jeden Fall hin. Was ich ziemlich gut finde. Das für unsere, äh, natürlich sehr geil, weil wir, ja, die Bordenschienen als allererstes bis dorthin gebaut haben, das heißt, wir sind indirekt schon vorbereitet. Ja. Und so ist top. Ich weiß nicht, wie findet ihr das Design optisch, die Farbe mit den Kernen, die Verbindungsglieder? Also ich finde, es hat was. Ja, stimmt. Hat halt sowas von so einem chinesischen Wachsoldaten oder sowas, ne? So eine, ähm, ja, was weiß ich, so eine, einfach so wirklich eine antike Statue und so klassisch to protect the cities, also so, keine Ahnung. Mich erinnert es irgendwie stark an Pacific Rim. Ja, genau. So ein, oh ja, ja. Na, Titan, ne, was war das? So, so, so. Ja, so ein, so. Mecher, Mecher, Titan, Mecher, ja, keine Ahnung. Ja, hast recht. So ein Jäger. Stimmt. Stimmt. Jäger hießen die. Ja, stimmt. Pacific Rim. Ja. Das ist eigentlich ziemlich geil. Den ersten Teil habe ich geliebt. Der zweite war Schmutz. Aber so die Ahnung habe ich da. Aber ja, es ist ein Riesentiton. Es wirkt, da hast recht, es könnte so ein bisschen wirken, ne? Schätzungsweise würde ich jetzt mal einfach behaupten wollen, der Typ wird es ja langsam sein. Und dafür wird er ordentlich Bums haben. Vielleicht sogar so das Move-Set, wie hier diese Giganten aus dem Steingebiet, also mit der Keule. Oder es könnte auch sein, es könnte aber auch sein Laserstrahlen, ne? Mit dem Auge? Ja, das wäre auch denkbar. Sehr denkbar sogar, ja. Sowas wie Laserstrahlen? Man weiß es nicht. Könnte sein. Was können wir noch zu dem Bild sagen? Im Hintergrund hoffen wir ja einfach mal, dass das auch das neue Sankt Sibium ist, jetzt von der Grundstruktur, also der Untergrund sozusagen, der neue Untergrund vom Sankt Sibium. Oder zumindest einer dessen. Vielleicht ist da ja, wenn dort steht City, dass er gerade in so einer Stadt ist oder in so einem Dorf ist. Und genau so sieht es halt dann dort aus. Hat so ein bisschen, für mich zum Beispiel, erinnert es mich sofort so ein bisschen an Studio-Gibling-Film Laputa. Das Schloss im Himmel hier. So diese Titanen, die dort das Land, dieses fliegende Insel beschützen. So ein bisschen Algen überwuchert, alles schon verfallen. Aber noch so diese letzten Überbleibsel der Zivilisation, die es mal gab, aber gar nicht mehr gibt. Aber so diese, diese letzten Verteidiger des vielleicht schon lang Vergessenen. Ich finde eigentlich den Boden ganz geil. Ich weiß halt nicht, soll das Gold wirklich Gold darstellen? Also wirklich so, so, ähm. Denke ich mal so, so verschiedene Edel-Materialien, genau. Würde ich mal denken auch. Ist es nicht ganz, dass wir uns vorgestellt haben, beziehungsweise Klung hat es schon gesagt, da hätte es sich ein bisschen anders vorgestellt. Ich finde aber trotzdem immer von diesem Prinzip, der Atlantis ausgeht. Dann finde ich es gar nicht so schlecht, weil das war ja immer so eine fortschrittliche, fortschrittliche, schlittliche, alter, ich kriege es nicht raus. Fortschrittliche? Nimm mal den Blümkühl aus dem Mund. Ja, ich habe den zu tief reingesteckt. Nee, okay. Äh, genau, so, was die anderen gesagt haben, Zivilisation. Und, ähm, da finde ich, ist das irgendwie ganz nett. Es wirkt aber im Gegensatz, muss man es fairerweise sagen, zum, als hier das Bildernis, wo wir diesen Boden gesehen haben, das ist ja unser Ding so ein bisschen wahrscheinlich, äh, wirkt es ein bisschen, ein bisschen schlicht, oder? Kann man, kann man das so sagen? Ja, wenn es halt, ich denke halt wirklich, das ist, man sieht ja, also man kann ja auch mal einfach, jetzt nochmal so, ich weiß gar nicht, wo es jetzt war. Hier wurde ja auch das ein oder andere, äh, genau, hier zum Beispiel, ne? Äh, ach so gut, das ist das PC-Gamer, ne? Das sieht zum Beispiel cool aus, ja. Gut, das ist egal, wir sehen das ja hier, äh. Das Bild ist nicht urheberrechtlich geschützt. Ähm, das ist im Endeffekt ja auch nichts anderes, man sieht hier den Sand, den Strand, so ein paar Pflanzen. Das ist das offizielle Bild von denen, was man so auf Steam gepostet hat. Ja, das könnte so, sage ich mal, so würde ich mir das Sanken-Sea vorstellen, ne? Man sieht ja auch das Wasser unter Wasser, diese Pflanzen, Palmenwuchs, wo wir schon gesagt haben, es wird wahrscheinlich Wüste sein, Sand, Palmen, so in diese Richtung gehen. Aber ich denke ja auch, das ist es. Ich denke, das ist es. Und das, der Boden, den du gesehen hast, das ist dann so, denke ich mal, so, diese, weil wir haben ja auch gesagt, es kommen wieder Dungeons dazu und so ein paar Höhlen, also das nennen die ja immer Höhlen, also Dungeons. Ja, ja. So, und ich denke mal, das, äh, das sollen dann so Dungeons darstellen, wie halt auch diese, äh, Muld Dungeon und sowas, das wird das sein, die, die Optik dann, denke ich, könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist richtig. Ich, ich könnte mir das auch gut vorstellen. Von den Kombinationen finde ich das eigentlich ganz geil, so. Bin auf jeden Fall gespannt, bringt es endlich raus. Na, wie gesagt, ich, ich glaube halt, das sind wirklich die Städte und da passt es vielleicht auch schon, so eine alte Zivilisation, die halt so ein bisschen, ich, 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 ich weiß auch nicht, wie es euch gerade geht, aber wenn ich den Boden sehe, wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Poolbau vorstelle und du, und du machst, also nicht jede Fliese, aber manche Fliesen, die sehen ja schon, so, ne, aber wenn du jetzt das so bedenkst, es gibt ja so ein paar Fliesen, die haben so ein großes blaues Feld und die sehen, die sehen für mich so ein bisschen, also könntest du als, könntest du als Poolboden nehmen. Stimmt. Also, so ungefähr, ne, wenn du jetzt jede Fliese so oft liegst, bis du halt dieses große blaue Feld mit dem Riss hast, könnte das auf, auf Masse vielleicht gar nicht so schlecht aussehen. Ja. Genau. Was für uns vielleicht auch von Interesse wäre, natürlich, äh, das ein oder andere Pixelbild neu zu bauen. Andere Pixel, weil wir haben ja dann auch wieder andere Farben, andere Möglichkeiten. Vielleicht sieht es ja, ich meine, das könnte ja auf der Karte gräulich aussehen, es könnte aber auch grau-blau aussehen. Hm. Man weiß es nicht. Könnte alles sein. Ja, ich denke, ja, ich denke, grau wird es aussehen. Wahrscheinlich eher, ne? Wohl, ja, doch, ich denke schon, dass der graue Anteil wiegt, jo. Blau macht jetzt nicht so Sinn. Dabei hast du ja auch diese Bewachsene mit dem Moos, ne? Also dieses Moos-Zeug, ja. Das ist schon wieder eine coole Idee, also kann man schon wieder viel machen, sag ich mal. Definitiv. Da könntest du theoretisch sogar, wenn du die Moos-Sachen siehst, die ja doch komplett anders sind, könntest du sogar ein Pixelbild legen, das nicht von oben sichtbar ist als Pixelbild, sondern wenn du drüber läufst, als kleines Pixelbild. Ja. Wenn du da... Also viele Möglichkeiten gibt es auf alle Fälle. Im Grunde genommen glaube ich, rede ich oder spreche ich für uns drei, der Harler hat es ja jetzt schon gesagt, wir wollen einfach nur noch, dass es rauskommt, dass es endlich spielbar ist und wir wieder uns in dieser Welt versenken können. Mal gucken, was für Gefahren noch auf uns lauern, was, welche Geheimnisse da zu lüften sind, was für neue Waffen es gibt. Gegenstände, Gegner, Bosse. Endlich vergroundet, deinstallieren. Wird da Zeit. Wird immer gespielt, wird deinstallieren. Reicht zu. Ne, bis dahin kann man ja vielleicht sagen, die Leute, die bei uns auf dem Kanal sind, wird es vielleicht doch schon noch die ein oder andere Grounded-Folge geben. Das ist halt immer eher ein zeitlicheres Problem. Deshalb gab es jetzt zum Beispiel mal ein paar Herr-der-Ringe-Sachen wieder. Das ist, glaube ich, zwei, drei Videos gibt es da jetzt mal im Stück. Ähm, aber wie gesagt, sobald jetzt hier irgendwas rauskommt, was Neues ist, und ich habe jetzt auch mal den Kollegen auf Twitter gefolgt, dass wir da vielleicht auch den ein oder anderen Informativen, wenn da mal was Neues kommt, ne, damit wir auch am Start sind, euch das zeigen können und im deutschen Bereich wenigstens so ein Kanal mal so ein bisschen so Updates und so bringt. Im englischen gibt es da ja doch vielleicht den ein oder anderen, aber im deutschen Bereich ist es wohl eher, ja, macht es halt keiner, ne. Das ist wahrscheinlich einfach nicht so von Interesse, aber bei euch von Interesse, denn ihr wollt es vielleicht auch nicht immer auf Englisch sehen, deswegen machen wir das. Tja, und wenn ihr nichts mehr dem hinzuzufügen habt, könnt ihr natürlich trotzdem, verabschiede ich mich in der Form und Weise natürlich von euch, bleibt auf unserem Kanal, guckt euch die anderen Sachen an, CoreKeeper geht natürlich weiter, sobald es soweit ist. Freut euch, bis dahin. Ciao. Genau, ich sage auch, danke fürs Zusehen und bin gespannt, was die noch so liegen. Schreibt mal ein, wie ihr das findet, wie ihr die neue Optik findet, den neuen Post vielleicht auch. Und bleibt uns gewogen, auch bei anderen Projekten. Bis zum nächsten Mal, tschüss mit dir. Genau, in diesem Sinne, du lässt ein bisschen Muster oder wenn nicht, dann wenigstens ein paar Likes, freut uns genauso. Dann bis zum nächsten Gameplay oder Infovideo zu CoreKeeper. Sepp uns gewogen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.